Guten Tag meine Leute! Willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2. Im letzten Part waren wir im Spukhalle und jetzt Sturmbald. Oder so. Ich möchte Musik! Yes! Es ist großartig! Und gleich mal Radley am Anfang. Das ist gut, aber was bedeuten diese Blätter im Wind? Finden wir es heraus. Es ist Wind! Ah Scheiße! Fuck! Fuck! Oh mein Gott! Das wird Scheiße sein. Kann ich mir jetzt schon denken! Ah! Ah! Okay. Uh! Ah! Help! Help! Ah! Ah! Kurz mal Gedanken lassen! Okay. Hat nichts gebracht! Okay! Boingska! Boingska! Oh Gott! Stirb! Stirb! Ah! Ohne Warnung! Fies! 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 Ah Scheiße! Das ich brauche die Schlage sicher! Und Bam! Und Bam, oh Gott! Trust war Ch- Ich sagte BÄyhm! Ich sagte BÄym!! HUH Und... Bonus! Damn... Damn... Timmer... Timber... HUH! Ernsthaft? Das war ein Bonus-Raum! Das war ein Bonusraum. Verarschen. Nein! Scheiße. Okay. Oh Gott. Au. Ah. 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 Was ist dort? Warte. Du bist tot. Oh. Scheiße. Nein, das will ich nicht weg. Was kommt denn das? Weil da ist Cannon Kugel. Ah. Oh, did I do that? Oh my god. Ah. Starne. Starne. Oh, du. Oh. Oh. Rrrrrrröp rrrrröp Dababababababababababababababababababababababababababap Hau dich hier in die Kanone ernsthaft Hau dich da rein scheiß Ok weißt du was ich geb'n Fick BUUUH Ok sammels auf ernsthaft sammels einfach auf Da 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 büschke So jetzt fehlt die die K.A. IJOOŁSCHEISZE was mach ich denn? Was mach ich da für ne scheiiiiiisse? Der mir ernsthaft. GIHH Scheiße nein ich brauch die Exilierung! Ich brauch die B- Ich- Ich sagte ich brauch die Bitch! So, jetzt bist du zu tot Ah, oh Gott Ah, 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 ah What? Wo kommst du her? Ah, 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 ah How did I do that? I'm too forked to understand the consequences of this level Nächstes Kängsymule 68% haben wir schon, cool O.K., seid vorsichtig Okay, gut. Papageien Absturz. Okay. Wie ist denn diese Wespenlevel? Äh, don't... Don't do anything against me. I'm just minding my own business. Collecting Dike Hillmünzen. All day long. Just an old man. Oh man. Oh man. Oh god. Ah shit. No. Bam. Bonus. No. Okay. Einfach nur ein... ...Rareware Logo aus Bananen. Oh man. Ich sag nichts dagegen. Ich sag nichts dagegen. Ich sag nichts dagegen. Scheisse. Oh fuck. My shit. Don't do it, that's gross. Why could you fuck shit anyways? Seriously. That doesn't make any sense. Äh. Ich sollte nicht so viel scheisse labern. Warte mal. Ich glaube das war scheisse. Ja. Genau. Äh, X. X. Wie komm ich da runter von dem scheisse Vieh. Hallo. Hallo. Darf ich da bitte runter? X. Ah mein Gott. Fick dir. Fick dir Frieda. Nur weil mein scheisse X nur auf den Controller nicht geht ey. Ich hasse das. Oh mein Geist. Du dir dir. Du dir 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 du. Du dir du du du. Jjjjjjjjjjjjj. Oh nein. Das und noch einen zu diesem Scheiße Ficken Nicht Scheiße Okay Okay No, why not Bleh Ruh, da Ruh Oh Fuck This shit Fuck it Fuck it, what? I 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 And I 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 Wiedersehen.